Okay. Das ist schon die Axt im Kopf. Bei mir glaube ich habe ein schönes Dolch oder Schwert im Kopf. Wahrscheinlich müssen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal kommen. Bei mir lädt es noch? Ja, wahrscheinlich sind wir noch nicht stark genug. Ne, wir erwachen, nee, nee. Ich glaube das ist Wende. Okay, neue Verteidigungskarte ist reingeschaltet, okay. Brücke alllinks um eine Richtung Angriffe auszuweichen. Sorry, wir sind echt fertig. Ich glaube wir sind echt fertig, ja. Schade. Also geiles DLC, ganz im Ernst. Richtig geil gemacht. Richtig gut. Richtig geil gemacht. Aber das Symbol zeigt es immer noch an. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Inventar. Ne, nicht I. U. Nein, U auch nicht. Wo waren hier? Quests. Klickbait, Explosionen auf den Dach zu ziehen. Wo ist denn die? F1. Wo brauchen wir das? Money, Money brauchen wir. Wo ist denn die? Ja, warum zeigt es bei mir die Quests jetzt halt an? Ah, der Händler, hier ist der Händler, oh Gott sei Dank. Händlerine verkaufen. Oh, hat er für Waffen. Für den richtigen Preis. Was ist der Händler? Aber, naja, verhaufen. Hm, hat mich so verhaufen. Doch, die Achtsdäne, oder? Ja, ja. Verhaufen. Aber, naja, verhaufen. Das Messer ist going to be a challenge. Hm, hab mich so verhaufen. Doch, die Achtsdäne, oder? Doch, die Achtsdäne, oder? Aber wir finden ja neue Waffen, ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, welche Huffe die Waffen sind, ja. Hier eine Achts, eine Achtsdäne, Schlagring, Speer. Eigentlich schon geil, aber, wie gesagt, sehr. Aber Level, Level 100, also nur 100 hat sie, aber das ist ein bisschen... Hä, warum kann ich die denn verkaufen? Ich kann nur Waffen verkaufen, die ich grad... Ja. Ah, ne. Hast du rausgefunden, wie man die anderen verkaufen kann? Ich nicht. Welche anderen? Bei mir, ich hab mir alle Waffen verkaufen. Ne, ich bei mir auch nicht. 135. Verkaufen. So. Der erwähnte, müssen wir das machen, ne? Warte mal kurz. Ich kann die Armbrust nicht mehr, ne, ich kann sie doch nicht mehr. Hat genug Kohle, aber da könnte ich eine Stufenanpassung machen. Da geht nix. Da geht nix. Da geht nix. Da geht nix. Da runter? Da oben, hä? Ups Hä, die Füße schließen aufm Boden, ey Oh, Ben, ein bisschen hier Da So, warte mal kurz, ich verkaufe noch Ähm, so Ich weiß zumindest, wo es weitergeht Aber welche ist jetzt? Welche? Oh, sauber da Aaaaah Ach, meine Kinder kommen ja gleich total Es ist vorbei mit der Ruhe jetzt auch Na, die haben dann zwei Wochen Ferien Me too Meine auch Ja, gut, aber der eine ist ja aus dem Haus Und der andere ist eigentlich genug, ne? Das ist richtig Und 15 ist ja, ja, mein was 15 ist ja So Are you ready to die? Nope Ich bin bei 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 Wo bist du denn? Da oben Jetzt wird's mir angezeigt Geh weg Ja, wer ist zurück Und hat mit der CDC gesprochen Sie kommen, um uns zu retten? Nein, aber es gibt ein Doktor in Santa Monica Wir müssen gehen Wir müssen gehen We Wie Was ist das We? Meine Blut ist die Lege zu fixieren all diese crazy Humanität ist Dependiert auf Once sie machen die Vaccine Ich werde dir etwas Kein Problem Aber sie brauchen mich zu kommen Well Sounds like Du bist die Star der Show Hey Das wird viel mehr mit Freunden Wir alle zusammen Wir haben einen Schauen Es gibt keinen Weg Du wirst Sam gehen Er hat das sehr klar Well Duh Aber du kannst Ich bin nicht derjenige Er ist total verrückt Ich bin total Ego Maniacke Ich weiß nicht warum Sie denken Sie haben Sie wissen Sie haben Geschichte Ein halbzeit bisschen Ein halbzeit bisschen Real talk He came back When the world fell apart This is too big I'm not doing anything till I've talked to Michael I'm surprised he hasn't stuck his nose in already Let me handle it But for real Sam still loves you I can sense these things Und Lassi Ist das bei dir auch zu stürmisch? Ach Hab ich vorhin schon gefragt Zombie ne? Was ist das? Und ne neue Karte Ah ja Ah ja Ich auch Nur für Carla und Ryan Du fängst gerade erst an Wenn du in raschen Folgen im Block oder durch Zombie Jawoll Old And new It's just too much Okay Ich soll eben Ich soll schnell Sachen bestimmen Michael Where are you? Okay Ich sag jetzt mal Für mich ohne Ende You're Michael So Wo müssen wir hin? Das müssen wir machen Übersorgung Michael davon Ich weiß nicht wo der ist Das war schon unten an der Tür Michael Michael Wo bist du? Michael? Fella You here buffalo Michael Michael? Warum nein? Er ist wegen am Michael! Hä, der ist bei den Händlern? Ja, gut. Was, hä? Was? Ich hab eben nicht gesehen, was stand da? Hier, Michael's Raum. Komm her, hier oben. Hä, wo? Jetzt soll ich wieder an sich rumspielen. Michael? Hm? Hallo! Okay, er ist tot. Oh! Sam and suddenly... Puff! He's written out. Talk to me, where'd he go? Get off me! Somewhere, I don't know. To get her to notice him again. Seriously, what is up with these gringos? Emma acts like she's the biggest fucking star. You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. Okay, okay. Lo siento. Oh, nein. What? What? He's not stupid. I've lost people. I'm not losing another. Hm, I wonder if he would've... He took his keys to his place in the hills. Ich bin mir nicht so sicher. Was ist denn, ihr habt irgendwie viel Leben? Ja, wir müssen den Michael suchen, weil der abgehauen ist. Ja, das weiß ich ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Leben finden. Machen wir die Scheiße hier auf. Mitten danach sollen wir das... Natürlich. Was hast du jetzt gedacht? Alkow, hier Frosty, hier ist noch was drin. Wo? Oben war noch was? Ja, die ganze Hütte ist noch voll hier oben. Hier auf dem Tresen. Las Kringas! Hasta luego, los dechos lamellos! Ich warte schon mal draußen. Wo? Hier. Wo ist denn? Habe ich mal hier. Hä? Waren bei ihm? Waren bei ihm? Hallo! Hier steht jemand an der Tür für dich, Frosty. Nein, 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 nein. Scheibchenweise. Jetzt müssen wir zu den Hills. Hallo! Mach aus dir ein belegtes Brötchen, du Kleine. Hallo! Ich nehme mir euch scheibchenweise vor. Oh, der hat Bock. Ah, ah, wieder so ein Roper, ey. Hallo! Hm, Kleine. Er ist gestunnt? Ja. Jawohl! Sehr gut, da hinten müssen wir langen. Hallo! Wie viel Schlepp ist das denn? Das ist doch echt passiert immer, wenn ich damit zuschlage, ey. Ja, bei mir auch. Tennis! Oh, ich habe mir mein Säbel in das Hinterteil gestopfen. Allerdings ist ganz schön Atmo, die Maus. Jawohl. Oh, ich habe irgendwelche Schlüssel gefunden. Hallo! Unangenehme Situation. Oh, was ist denn hier los? Warte, Gott. Wechsle Waffe. Warum? Boah! Was war denn das? Ich sehe hier auch gar nichts. Boah! Alles gestanden? Beide gleichzeitig. Alter, der hat mich getreten. Man tritt doch keine Lady. Ja. Widerliches Schwein. Hallo. Ich habe keine Ahnung. Sag mal, was ist denn los hier? Komm, du hässliches Stück. Boah. Hat er für eine Elektro-Füße bekommen. Aua, ich auch. Oh, ich verreckele gerade. Hallo. Oh, oh. Und los. Ab nach Beverly Hills. Oh, ich muss mal im Versuch, ja? Ja. Ii. Steckt im Hirn. Sehr unangenehm. Alter. Diese Zwischensequenzen sind so geil. Das ist so geil, das Spiel. Das ist richtig genial, ey. Ich würde mal auch mal eben eine Pipi-Pause machen wollen. Ich bin gleich wieder da. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, mach so zusammen. Ich hoffe, wir sterben nicht. Machen wir kurz eine Pipi-Pause. Bis gleich. So, mito. Weiter geht's. Warten wir nur noch auf den Herrn Frosty. Und dann? Nein. Ich stehe einfach nur da und warte. So. Schön schaut's hier aus. Beverly Hills. Beverly Hills of Ice. Ha, 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 ha. Hallo, ist jemand auf der Toilette? So. Canyon Park Trailer müssen wir schon mal nicht hin. Wir müssen da oben hin. Oh, ja. I should be so lucky, 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 lucky. This is Michael's place. Hier, denk mal drüber nach, Fräulein. Huch. Was du immer so rumschreien musst. Kennst du was? Vom Fernseher? Ja. Jawohl, Schmuddelheftchen. Michael Anders. Hustle, Mann. Hustle. Hier ist eine Blutspur. Michael? You in there? Mir ist, ich bledet out right now. Hey, da war. Und das, ja? Hä? Wo kommen sie denn her? Ah! Was wäre so? Ich bin tot. Zwei Schläge. Alter, ich auch. Alter, was ist das denn? Alter, zwei Schläge. Was ist das denn, Zombie? Zwei verkackte Schläge. Alter. Hä? Warum hat es auf einmal die Waffe geändert? Sehr fair. Einfach rein. Wir bleiben drin. Ja, die Sommel haben aber auch ein besserer Problem. Wäre ich ein Schlüssel? Wo wäre ich? Oh, äh, hier sind Apfel's halte Arm. Bisschen, ja. Ein bisschen widerlich. Ob das Michael sein Arm ist? Ne, glaube ich nicht. Er hat kein Händchen dafür. Ähm. Wäre ich ein Schlüssel? Wo nach weitererem Schlüssel? Was für Schlüssel denn? Hier ist was. Man konnte dieses Bild hier nehmen. Ah ja. Aber hat mir... Hat mir super. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Hä? Wäre ich ein Schlüssel? Ach so. Doch, 50%. Hier, ich habe was. Hier, in der Tür. Hier. Ja, ich habe einen Schlüssel gefunden für die Tür. Der lag im Müll. An der Pintwand ist was und am Müll war was. Pintwand? Huah! Schicksau, ey. Michael! Michael! Was ist das hier? Eine Karte. Hier liegt ein Messer. Ich bin ja herauf und sich gelegt. Ich habe kein Spiegel gebildet. Ich bin ein Vampir. 100% ich hab's verfolgen. Was? Hier waren auch Atten. Ja, habe ich. So, jetzt müssen wir auf Jesse. Müssen wir da auf links hoch wahrscheinlich. Ja. Hacke, Hacke, Peter. Bist du Hacke später? Ist ja unangenehm. Ist aber auch eine schöne Gegend hier. Guck mal hier. Ähm. Ja. Müssen wir halt ein paar Arme und Beine abhacken. Ah, guck mal hier. Die Arsicht ist hier. Also hier würde ich auch gern wohnen. Wo bist du? Hier im Pool. Da liegt auf der schwarzen Kiste ein Bauplan. Äh, ein Ordner oder irgendwas. Wo? Auf der schwarzen Kiste. Hier. Oh, bei mir rufst du das halbe Wärme fernst du da. Was ist das? Naja, sieht man mir nicht. Auf der Kiste liegt nix? Nö. Okay. Warum, ne? Hey! Ja, da ist Strom. Hä? Achso, da hinten. Habe ich nicht gesehen. Ähm. 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 Du bist hier einfach... Sag mal. Ich stehe hier an der Tür. Was ist er denn? Schwiegen wir es weg? Äh, warte mal. Mein Schwiegen ist weg. Hä? Hä? Ja? Hallo? Nein, 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 nein. Mhm. Ähm. Also. Warum ist das fliebendig? Das weiß ich leider nicht. Ähm. 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 Bin wir da? Bin wir da? Ja. Nee, was ist das? Doch, bist da. Ich hab jetzt mal auf CPU gemacht, weil der Entfuhr war überlastet. Oh, okay. Huch! Hast du was gedrückt? Ja. Okay. Wir müssen den Sicherungs-Ding-Code suchen. Oh, er macht die Garage auf, jetzt raucht sie gleich. Alter, was hat der sein Arsch tätowiert? Ja. Woher ist mein Andere? Oh, oh. Bosti! Schnitzelfest! Streamen so einigermaßen aussieht überhaupt der Scheiß außen. Oh, geil! Die geile Ute ist wieder da, die alte Stute. Oh, warum? Das war das, wie das. Irgendwas ist hier explodiert. Vorsicht, das Strom. Sehr pixelig. Oh, Mann. Echte... Kann sein, dass die Swing nochmal gleich starten muss, ey. Hilfe! Ich hab die Sicherung. Ja, ich hab die Sicherung. Ich hab die Sicherung. Ich hab die Sicherung. Was ist denn? Hä? Ich schlag hier ins Leere. Ich schlag die ganze Zeit einen Zombie und er trifft nicht. Machen wir eben... Ich muss nochmal in dem Stream nochmal. Optionen... Ähm... Ähm... Kann ich die Werkbank hier nicht benutzen? Muss ich was halten? Ist ja auch... Medi-Cats. Kann ich dich aufnehmen? Gleichweise. Hallo? Daten brauchen wir ordentlich ganz super hoch. Okay. So, was jetzt? Schließ die Hintertür... Oh. Ich muss das Hintertürchen schließen. Oh Gott, hier ist aber... Ich hab wieder eine ganz andere Waffe. Ach Scheiße, wir brauchen die Sicherung für die andere Tür. Frosty! Ja, so soll ich. Dann müssen wir übers Haaren wohl beenden. Die Zombies sind gemein zu mir. Vor allem, da kommen immer mehr rein. Hä? Du blöde Kuh! Oh. Ich hoffe, es geht jetzt in dem Spiel. Boah, das Vorfeld bei mir ist voll cool jetzt. Boah, ich bin schon gleich schon wieder tot, ey. Wahnsinn. Au! Du bin! Ich sag nichts dazu, ey. Ich hab auch viele verworfenen Freunde. Äh, wir haben das stimmt hier im Moment. Halt mich. Okay. Oh, 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 oh. Ach, guck mal. Nein! Oh, ich springe doch immer in den scheiß Pool. Boah, kriegst du dich bei Essen? Äh, kann ganz sein. Ich hab jetzt wieder auf die Kraft. Pass ich mal. Da muss noch vorne aber auch schön wissen sein. Oh, was ist denn ablos irgendwie passiert bei mir? Ne, eigentlich nicht. Alles voller Bongs hier, ey. Hä, machen wir jetzt noch nicht, Jungs. Doch jetzt alle. Oh, oh, ich hab voll den scheiß Ablos, ich habe. Hä? Was ist denn nun los? Ist denn irgendwas mit der Internetverbindung, oder was? Ich hab nur 2.500 Ablos. Oh, das ist natürlich wenig. Äh, wir haben das jetzt, weiß ich nicht, ey. Sonst muss ich mal eben noch USA neu starten. Sonst muss ich mal Körner werden. Alles aber auch. Das ist eine Bombe, okay, mhm. Alles eine Party gewesen, ne? Ähm. Ja? Wenn wir jetzt hier noch mal eben, was, wenn ich jetzt noch Was hasse? Aber ich schau mal eben so ob ich was wissen kann warum? Geht ihr irgendwas runter oder so bei Steam? 163, 163 Mach mal Steam aus Hab ich null upload? Hä? Okay Was? Okay wahrscheinlich ist Ich bin gleich wieder weg, sorry Ich bin wieder weg Hä? Du bist noch da? Ja Ähm ich muss mal eben den Rusa neu starten Ich glaub das ist ja ein Rusa Okay Das heißt man könnte spiel unterbrechen Ja Es ist dann auch Das ist ja Je will das Das ist ja Hmm Ich wäre echt lieb Euer